Herzlich willkommen zum dritten Handelstag der Woche mit einem Blick in Euro, japanischen Yen, in Neuseeland-Dollar, US-Dollar und wir schauen mal wieder in die langfristigen Zinsen im FGBX. Interessant, was hier passiert, da haben wir ja nicht allzu lange her ein wahnsinnig tolles Short-Setup gehabt an einem Widerstand. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Hier könnte unter Umständen was in die Long-Richtung gehen, da schauen wir rein und natürlich in dieser volatilen Phase rund um das Thema USA-China-Handelsstreitigkeiten, da kann natürlich der DAX nicht fehlen. Auch das heute Morgen. Olaf, Elena, einen schönen guten Morgen von meiner Seite und dann rein ins Webinar hier an dieser Stelle beginnend mit dem Risikohinweis. Den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, wie jeden Morgen der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin. Der kann zu Verlusten führen. Gehen wir in die Nachrichten hinein, die wichtigsten vorab. Wir bekommen heute um 13.30 Uhr eine Rede von Herrn Draghi. Eine Zeit, die wichtig ist für die Vorbereitung im Trading. Bin gespannt, was hier mit dem Euro geschieht. Wir bekommen dann auch noch hier um 13.30 Uhr die Veröffentlichung des Geldpolitischen Treffens, also des Berichts im Geldpolitischen Treffen. Und um 16.30 Uhr wieder einmal Nachrichten um die Rohöl-Lagerbestände aus den USA. Rohöl ja in den letzten Tagen wieder deutlich günstiger geworden, mag der ein oder andere an der Tankstelle spüren. Hier im Trading kann es uns aber gute Hinweise geben zum Traden, zum Geldverdienen aus China sind heute Nacht ein paar Daten gekommen. Die waren ein bisschen durchwachsen. Ein starker Rückgang der Handelsbilanz haben wir da. Die Importe sind deutlicher angestiegen, als das erwartet wurde. Hier waren ein Rückgang von 3,6 Prozent erwartet worden. Es war tatsächlich aber ein Zuwachs von 4 Prozent und die Exporte, die sind deutlich zurückgegangen. Wir haben hier eine Prognose gehabt von 2,3 minus 2,7 war das Ergebnis. Also man merkt, es bewegt sich hin und her etwas. Möglicherweise kann das Ganze auch etwas mit den USA zu tun haben. Ich weiß es nicht genau, aber es sind auf alle Fälle ein paar Dinge, die man hier durchaus beachten sollte, wenn man diese Märkte auch tradet. Und das sind ja auch Dinge, die die Währung etwas belasten können. Was gibt es noch hier um 8 Uhr? Haben wir Daten zur Industrieproduktion aus dem März bekommen? Erfreulich. Wir hatten hier eine Prognose eines Rückgangs von 0,5 Prozent. Tatsächlich war es ein Zuwachs um 0,5 Prozent. Dann gibt es am Vormittag jetzt auch noch ein paar Dinge aus Großbritannien zum Thema Hauspreismarkt und um 10.15 Uhr dann eine Rede seitens eines MPC-Mitglieds hier in Großbritannien. 14.30 Uhr dann noch eine Rede eines FOMC-Mitgliedes und das war es dann auch schon an wichtigen Nachrichten in den Fokusmärkten hier an dieser Stelle. Eine Kleinigkeit nachher noch zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Da hatten wir heute Notenbank-Sitzung in Neuseeland war es gewesen. Genau das war heute Nacht unserer Zeit, um 4 oder um 5 ist das gewesen. Hier ist auch eine Trading-Idee mit drin, interessante Verortung. Da schauen wir gleich mal, was wir möglicherweise aus dieser Situation heraus machen können. Und natürlich immer wieder gerne auch die Einladung, wer Fragen hat, sehr, sehr gerne direkt hier in die Chats hinein auf Facebook und auch auf GoToWebinar. Ralf, einen schönen guten Morgen. Machen wir weiter mit dem Blick hier rein in die Charts. Offen aktuell das Währungspaar hier Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Ich hatte es gerade auch avisiert hier an dieser Stelle. Gestern ist der Markt doch von oben weiter deutlich runtergekommen. Heißt, also wir sehen hier an dieser Stelle in den letzten zwei Handelstagen war es immer so gewesen, Stärke wurde direkt verkauft. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass dieser Abwärtstrend ja sehr, sehr lebendig ist. Weil wenn steigende Kurse verkauft werden, ist das ein Zeichen für Schwäche. Und das drückt dann den Abwärtstrend natürlich in seine Richtung. Gestern, wie schon gesagt, die Verortung hier nahe am Widerstandsniveau, also hier unten am Unterstützungsbereich, so rum, weit, weit weg vom Widerstandsbereich, weil weit in der Bewegung gelaufen. Hier unten hat der Markt kurz Halt gemacht. Heute Nacht auch noch ein bisschen gehalten. Dann kam hier die Zentralbank, da hat es den Spike nach unten gegeben und sofort ist der Markt auch wieder hochgelaufen. Und jetzt wird es nämlich interessant, das war hier, was wir hier gesehen haben, was war die erste Reaktion nach den Zahlen. Das sehen wir auch sehr schön, wenn wir hier reinblicken in den 5-Minuten-Chart. Hier, zack, dieser Rutsch nach unten. Erste Reaktion, das was wir hier sehen, trendig, schöne Gegenreaktion des Ganzen. Das ist auch das Schöne, zu sehen, wer die Chance hat, sowas live zu begleiten. Das muss nicht nur Neuseeland-Dollar sein, das geht bei allen anderen Währungen, bei den großen Währungen gerade am besten, wenn die Zentralbanken tagen. Und wir haben hier so einen ersten Rutsch, danach gibt es meistens eine Gegenbewegung. Und wenn die tief genug gelaufen ist, der Rutsch, und wir sehen hier schön einen aufwärtstrendigen Markt, warum das Ganze nicht traden. Hier hatten wir die Aufwärtstrendbildung, hier gab es die tiefe Korrektur, hier unten dann die Umkehr des Ganzen. Und dann kann man schön nach oben mit traden. Das ist aber etwas für das ganz, ganz Kurzfristige. Was uns als Händler jetzt interessiert, ist etwas ganz, ganz anderes, weil das ist die Situation, wo wir jetzt stehen. Wir müssen einfach schauen, wo ist denn jetzt hier ein Widerstandslevel. Da blicken wir mal in die Stunde rein und wir sehen in der Stunde hier schön diesen Abwärtstrend nach unten laufen. Und wir sehen, wir sind auch gerade in einer tiefen laufenden Korrektur hinein. Hier im Stundenchart ist das gut ersichtlich. Und wir haben hier oben an dieser Stelle den letzten Bereich des Korrekturhochs. Hier oben, ich hänge da mal ein Preisschild dran, in diesem Bereich hier ganz grob um die Marke. 66,04,05 in diesem Bereich. Da ist der Widerstand. Hier läuft der Markt momentan oben rein. Das heißt, das ist die korrektive Phase und da ist es jetzt interessant, was geschieht. Wenn der Markt oben drüber geht, dann werden Anlaufpunkte auf der Oberseite interessant. Das heißt, wenn wir deutlichere Gegenbewegungen sehen sollten. Erste Marker hier, wir sehen es auch schön im Stundentrend am Laufen. Das Hoch hier, das ist auch ein Tageshoch bei 0,66,306. Beziehungsweise hier oben an dieser Stelle das nächste Hoch bei 0,66,527. Das sind Anlaufpunkte. Wenn wir hier über dieses Level bei 0,66,04 drüber laufen und den Markt weiter nach oben traden sehen. Andererseits, wenn wir rumdrehen. Das heißt, wenn wir hier aus der Korrektur heraus wieder nach unten laufen, können wir ein schönes Setup erwischen. Das heißt, wenn die 5 Minuten, die diesen Regressionstrend hier in der Stunde ja auch darstellen. Wenn die wieder rumdrehen in die Richtung nach unten. Das ist dann interessant. Dann da können wir nach unten hin wirklich zupacken und wieder in Richtung dieses Abwärtstrends traden. Und dann ist es ganz klar, was schöne Anlaufpunkte sind. Selbstredend erst einmal sehen, wo wir anfangen. Aber dann haben wir wieder hier unten dieses aktuelle oder dieses letzte Trend Tief. Wir sind ja, wenn man das Ganze mal so betrachtet, hier weit in die Bewegung hineingelaufen. Das ist jetzt das neue Trend Tief, was wir hier haben. Heißt aber im Rückgang erst einmal ein Stück weit nach unten. Diese Marken, die wir hier liegen haben, die ich auch markiert habe, die werden weiterhin eine gewisse Relevanz auch haben. Weil es ist hier ein wichtiger Bereich, 0,65, 0,671. Da könnte es durchaus in diesem, sage ich mal, Spannungsbereich zu Rebound-Möglichkeiten kommen. Aber der Blick ist definitiv nach unten gerichtet. Wir sehen es. Wir haben jetzt das Jahrestief mal rausgenommen. Wir hatten ja am Jahresanfang zum Jahreswechsel diesen massiven Spike nach unten an der Markt, wo der Markt wieder hochgelaufen ist. Und jetzt sind wir halt schon wieder dort unten angekommen. Wenn wir uns das Ganze in der Woche mal anschauen. Wir sehen es. Seit sehr, sehr langer Zeit haben wir hier im ganz, ganz großen Bild einen abwärtsgerichteten Markt. Und das war halt jetzt hier auch einfach nur der Situation geschuldet. Dieser Spike nach unten war zwischendrin mal etwas. Und dann hat es wieder diese Abwärtsdynamik gegeben, wo wir jetzt stehen. Ganz, ganz langfristig könnte es möglicherweise sogar dann hier zum Test dieses Tiefs aus dem Jahr 2018 kommen. Das ist alles jetzt noch offen, aber die Chance ist da. Und da sehen wir mal auch, wie schön diese Zeiteinheiten hier zusammenfließen, um das Ganze zum Traden mitzunutzen. Zweites Währungspaar für heute ist der Euro-Japanische Yen. Auch den nehmen wir auch gleich mal mit hinein. Das Gold, da sage ich nachher noch was dazu. Das ist interessant, was hier geschieht. Korrelation mit aktuellem wirtschaftlichen Geschehen bzw. Börsengeschehen ist sehr, sehr spannend. Schauen wir uns gleich nochmal an, aber wir gehen jetzt zuerst mal in den Euro-Japanischen Yen mit rein. Die Währung hier gleich auf dem Schirm. Hier haben wir es nämlich stehen. Ähnliche Situation wie gerade im Neuseeland-Dollar, aber bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten. Hier also wieder die Verortung in einem Support-Bereich hier nahe dieser Marke um die 123,4. Da haben wir immer mal wieder Gegenbewegungen gesehen. Hier an dieser Stelle ging es nach oben. Hier gestern leicht runter, wieder hoch, aber eher Abgabedruck. Und heute stehen wir wieder und immer noch in diesem Bereich drin. Und hier wird es jetzt sehr, sehr interessant, was in diesem Bereich geschieht. Kommt die Schwäche rein, setzt sich hier dieser Bewegungstrend entsprechend fort. Der hat ja schon ein ganzes Stückchen auch nach oben hin korrigiert gehabt. Dann haben wir gute Chancen, weiter nach unten zu laufen. Und wir sehen, was geschieht. Wenn wir hier definitiv unten drunter durchbrechen, dann gibt es hier nicht mehr wirklich etwas, was hält. Das heißt, wir haben hier dann einen weiten, offenen Markt bis hinunter in den Bereich der Jahrestiefs hier bei 118,785. Das war das Low hier Anfang des Jahres. Heißt also, hier stehen die Chancen gut, dass wir mittelfristig nach unten laufen. Kurzfristig muss man erst mal sehen, wie sich der Markt von diesem Level hier löst. Heißt also, mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten kann es durchaus sein, dass wir doch tatsächlich erst mal hier wieder ein kleines bisschen Rieberund bekommen. Wir sehen ja hier an dieser Stelle den Trend nach unten laufen. Das heißt, erst mal natürlich hier, das ist der Bewegungstrend der übergeordneten Sache. Und das hier ist der kleinere Bewegungstrend. Der hat hier oben sozusagen bei 124 knapp 3 sein Korrektur hoch am Laufen. Und jetzt scheint sich hier unten so ein kleiner Boden zu finden. Und das ist momentan meines Erachtens das Zünglein an der Waage, wie das Ganze sich hier an dieser Stelle entscheiden wird. Und laufen wir hier oben drüber, haben wir ganz, ganz kurzfristig die Situation, dass wir die Chance eröffnen, etwas nach oben zu laufen. Das heißt, das ist für das kurzfristige Trading recht interessant. Beispielsweise wäre da ein kurzfristiger Anlaufpunkt hier. Dieses Ausbruchsniveau in diesem Bereich, was wir hier haben, das wäre eine gute Marke mit ranzulaufen. Um die 123,7, 123,8 in diesem Bereich. Das wäre mal ein Marker, weil wir sehen hier unten eine leichte Bodenbildung. Und wie schon gesagt, wenn wir hier plötzlich die Bildung eines Aufwärtstrends bekommen, haben wir in gewisser Weise eine Chance, möglicherweise nach oben zu laufen. Weitere Ausdehnungen sind natürlich immer möglich. Aber im kurzfristigen Bereich ist das tatsächlich eine Chance. Haben wir hier aber einen Widerstand, wo der Markt nicht drüber will, dann hier oben dieses Level und wir prallen ab. Dann haben wir hier die Chance eher nach unten gerichtet, wenn der Markt das Ganze macht. Hin und her getingelt kann auch immer sein. Das hatten wir bei einigen Bejahrungen gestern auch, dass den ganzen Tag über nichts passiert ist. Aber wir brauchen einfach die Entscheidungen. Und diese beiden Entscheidungsmarken, gerade im kurzfristigen Bereich, die haben wir jetzt hier liegen. Hier oben drauf und hier unten drunter. Das sind die wichtigen Bereiche und die sollten wir an dieser Stelle mit im Kopf behaben. Das sind die Entscheidungsmarken und dort kann dann gut und gerne etwas Bewegung auf uns zukommen. Und damit in den dritten Trade, die dritte Trading Idee für heute im Buchsel hier. Das sind die langfristigen Zinsen bei uns in Deutschland. Und da ist doch interessant. Schaut euch mal an, wir hatten hier drüben drüber gesprochen, als wir hier oben in diesem Bereich um die knapp 195 standen, gab es schön dieses Umkehrsignal. Und dieses Umkehrsignal wurde hervorragend bestätigt. Hier kam richtig, richtig Druck rein. Das erste Ziel, was wir hier hatten, die erste Tendenz war hier dieses Support Level um den Ausbruch im großen, übergeordneten Trend. Da sind wir schön ran gelaufen, haben erstmal nach oben gedreht, dann hat sich sogar noch ein Abwärtstrend gebildet. Das ist alles Geschichte interessant, auch wo dieser Abwärtstrend hier angehalten hat, wenn man sich mal diesen Bewegungstrend hier anschaut. Aber interessant ist das, was jetzt geschieht, weil wir sind hier gestern erstens über die kurzfristige Abwärtstrendlinie drüber gegangen. Das war die erste Geschichte. Die zweite, aus technischer Sicht ist hier jetzt ein Aufwärtstrend entstanden. Das heißt, wir haben schon wieder einen Markt, der trendet in Richtung des übergeordneten Trends. Sehr, sehr interessant. Und jetzt wird es spannend, was hier passiert. Läuft der Markt übers Tageshoch von gestern drüber, haben wir kurzfristig erstmal die Chance, hier dieses Korrekturhoch, dieses Abwärtstrends in der korrektiven Phase rauszunehmen. Und wenn da drüber Stärke reinkommt, dann haben wir gut und gerne die Möglichkeit, wieder hier Richtung 195 zu laufen. Das ist mal eine Marke, die steht im Raum. Da wird Entscheidung kommen. Auf der anderen Seite kommt hier doch Schwäche rein. Dann läuft der Markt nach unten. Die Frage, die man sich hier an dieser Stelle nur stellen sollte, ist, warum steigt denn jetzt so ein langfristiger Markt hier wieder an? Ganz einfach, der fällt ja, wenn langfristig die Zinsen steigen könnten und er steigt, wenn die Zinsen langfristig eher niedrig sind oder möglicherweise noch fallen können. Und was wir hier wirtschaftlich sehen momentan, ist eher so ein bisschen die Gefahr, die Tendenz, dass wir langfristig weiter niedrige bzw. vielleicht sogar sinkende Zinsen sehen werden. Wir haben es gestern gesehen, die Wachstumsraten für die Eurozone, die sind deutlich gesenkt worden. Also man sieht das Ganze mit Sorgen, die wir hier im Markt haben. Man hört auch immer wieder das Thema rezessive Phasen und das sieht man natürlich am Zinsmarkt. Und sowas spielt beispielsweise hier auch der langfristige Markt. Das Ganze steigt dann an und das können wir doch durchaus hier zum Trading nutzen. Wir haben ja schöne Möglichkeiten, die wir hier sehen können. Ein ähnliches gibt es hier auch entsprechend in anderen Märkten zu sehen. Also das für heute eine gute Idee, eine gute Chance, die wir hier möglicherweise nach oben nutzen können. Und auch hier hilft an dieser Stelle der Blick in die Stunde. Hier sehen wir schön den Aufwärtstrend in den Markt, den kleinen korrektiven Phasen. Und wenn sich das Ganze fortsetzt, dann haben wir hier die Chance, nach oben mitzulaufen. Und damit nochmal rüber zum Gold, das hatte ich ja gesagt. Da will ich nochmal eben drauf eingehen, bevor ich noch einen kleinen Blick in den DAX werfe. Wir haben im Gold momentan wieder das Szenario sichere Hafen. Wir sehen die Unsicherheit an den Märkten. Trump hat mit seinen Äußerungen zum Handelsstreit mit China zu Zöllen, die am Freitag in Kraft treten sollen, deutlich gemacht. Was los ist? Die Märkte sind in Angst. Wir sehen es nach unten. Und diese Angst hilft jetzt so ein bisschen dem Goldpreis. Und da ist es interessant momentan, was passiert hier oben in diesem Widerstandsbereich. Hier die 1288 Dollar. Fliegen wir drüber, dann haben wir eine Chance, deutliche Ausdehnung zu bekommen. Das Ganze allerdings auch wirklich immer in Korrelation zu der aktuellen Nachrichtenlage. Beim letzten Mal haben wir das auch gehabt, da ist der Goldpreis angestiegen, als es unsicher geworden ist. Und als diese Unsicherheit dann weg gewesen ist, ist der Markt wieder rumgedreht nach unten. Also hier haben wir einen Markt, der uns gleich zwei Chancen bietet. Chance Nummer 1, wenn wir hier weiterhin die Flucht, sage ich mal, in die vermeintlich sicheren Häfen bekommen, dann wird das hier Auftrieb geben. Und sobald diese Angst wieder weg ist, dass wir hier Handelsstreitigkeiten in der Ausdehnung und mit massiven wirtschaftlichen Schäden bekommen können, dann werden wir sehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Markt wieder rumdreht und wir möglicherweise dann aus der korrektiven Phase in die Richtung dieses rot eingezeichneten Trends mit traden können. Also das bleibt sehr, sehr spannend. Und damit hier final für die heutigen Handelsideen noch einen Blick in den DAX. Und der DAX ist ja gestern ordentlich abgeschmiert. Wir haben ja am Montag gesehen, wie die Stärke direkt wieder reingekommen ist in den DAX. Aber gestern hat es den Knall nach unten gegeben. Und zwar ordentlich. Wo sind wir hingelaufen? Wir sehen es hier in einen Supportbereich um die 12.000 Punkte Marke ran. Das wäre erst mal der erste Anlaufpunkt. Ein zweiter Anlaufpunkt, den wir hier haben können. Wenn es noch tiefer geht, hier das aktuelle Trend Tief dieses Aufwärtstrends. Hier eine Marke von knapp 11.800 Punkten. Interessant, was hier im Chart zu sehen ist. Bleibt spannend. Möglicherweise haben wir heute einen Tag mit ein bisschen Durchatmen. Dann sehen wir hier ganz kurzfristig, das werden wir dann auch sehen, wenn das Ganze losgeht, dass wir hier unten dieses kleine, was ich hier im Aufwärtsbereich gebildet habe, könnten wir nach oben sehen, kurzfristiger Anlaufbereich, wie schon gesagt, hier dieses Ausbruchslevel im Stundentrend, was wir hier gesehen haben, also hier drüben knapp um die Marke von 12.100, 12.130 Punkten im Kurzfristbereich. Da wird es dann spannend, was reinkommt. Wenn sich der Markt deutlich beruhigt, dann kann es hier massiv nach oben gehen. Ansonsten werden wir hier sehen, dass gar nicht erst Stärke reinkommt, sondern der Markt schwach bleibt, wiederum dreht. Das wäre dann wiederum ein Indiz hier im Intradihandel, wo der Markt nach unten fallen könnte. Anlaufpunkt, wenn es nach unten geht, hier das Tagestief von gestern, beziehungsweise hier in etwa dieses Ausbruchsklevel. Also die 12.000 Punkte Marke bleibt hier spannend, bleibt hier ein wichtiger Bereich und den sollten wir auf alle Fälle auch im Blick haben. Also aktueller Schwankungsbereich 12.100 bis 12.000 Punkte, das ist momentan die Referenz. und da schauen wir mal, was gleich geschieht. Damit rein in den Handel, allen guten Trades, wir hören und sehen uns morgen wieder. Danke für die Zeit, tschüss.